Vielleicht hätte ich einen God-Mode noch aktivieren sollen, Scheiße. Geht das eigentlich noch? Alter, ich hab God-Mode enabled. Wir können jetzt nicht sterben. Doch, doch, ich kann schon sterben, du kannst nicht sterben. Achso, ja, das ist eigentlich auch das Wichtigste. Kippo! Hast du Gleitgel dabei? Ich würde die gerne unten an die Schildkröte ran schmieren. Brasso glaube ich nicht mal. Oh shit! Oh shit! Und? Let's go, heilige Scheiße! Ich weiß nicht, wie ich das hängen soll, das ist aber verdammt schnell. Ich komme mit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Okay. Was ist? What the fuck? Holy shit! Das ist so cool! Das ist so cool! Das ist so cool! Das ist so cool! Das ist so gut! Holy crap! Ich muss höher bauen. Der W-Leg dahin ist dabei einfach... Kannst du bitte ein Seil irgendwie oben fixieren oder sowas, das wir nicht durchgehend hier durchlaufen müssen? Ich bin da oben Muss gucken, ob das machbar ist Du brauchst jetzt bitte da oben einen richtig fetten Tower, sodass wir die ganze Zeit gleiten können, hoch und runter Okay Auf ein neues Oh shit Oh shit Yo Yo Wahrscheinlich, oder? Oh mein Gott Warum packt das doch mich weg? Du legst nicht Oh mein Gott, das ist so geil Holy fuck Oh mein Gott Oh mein Gott Shut the fuck up Oh fuck Heinex Nein, warum stoppst du Fahr doch weiter, du elendes Arsch Hahaha Hahaha Haha Wie geil Holy Hahaha Scheiße Hahaha So cool Jetzt muss ich auch noch den Scheiß reparieren, ey Hahaha Nice try bitch Ach man Fahr doch weiter, warum muss es auch so blinken Ich hab einfach so, eigentlich wollte ich richtig schön klassisch mit einem richtig geilen Abgang Von dem Ding Von dem Ding runter springen und vor dir landen, so ungefähr Aber das hat nicht zu funktionieren Hahaha Das ist wirklich einfach Timing, Mann Oh mein Gott, ich bin tot Wow Ist das so fair, dass nur ein Air Godmard hat, hallo Warum, ja dann gib mal, mach mal F1 Ich kann nicht Warum nicht Kann ich's machen Weil ich schon mal nicht kann Zudem hab ich das vorhin schon eingetippt alles Also Godmard hab ich jetzt aktiviert, ne Während des Das Ich hab die Konsole nicht offen, nur du hast die Konsole offen Ah, okay Ey, Jesus fucking Christ, Bro Hahaha Das ist unglaublich Hört, ich sollte aufhören hier zu sprinten, oder? Hm, ist hilfreich Haben wir Gleiter überhaupt? Ich dachte, du machst den Höher Ich kann nicht höher Ja Jami Was machst du? Hey, lass alles probieren Looking Ich werde aufhören Alles klar. Jo, Junge, wie schnell geht das? Warte kurz, dass ich gute Sicht habe, wenn du runterspringst. Ah, du kannst oben den letzten Dranheim an. Ja, wie nicht. Soll ich hochkommen? Ich kann das nicht mehr arbeiten, ja. Okay, warum auch nur? Vor allem konntest du, strange, ne? Ja. Ich hatte ja vorgeschlagen, dass wir gucken, dass wir auf dem Berg noch ein bisschen höher kommen, ne? Doch, ich kann es, ich kann es, ich kann es. Ich kann es aber nur auszupfen. Okay, warte kurz, ich will gucken. Ob es so cool ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Moment, Moment. Moment, Moment. Moment. Moment, jetzt. Oh, shit. Schade. Fucking shit. Schade. Ich bin so cool geworden. Ich baue uns kurz einen Gleiter, dann können wir hier zurück. Yes, yes, yes. Kannst du eigentlich auf dem Ding nicht noch ein Ding bauen? Also auf dem Ding noch ein Ding? Hier. Das war cool, so schnell zu bauen. Die ungeahnten Mächte der Cheats Achso, Stream oder auch YouTube Wenn ihr mal The Forest gespielt habt, macht das mal Aktiviert mal Cheats Ist witzig Man sieht's ja, ist wirklich witzig Haut das Spiel nochmal rein Aktiviert Cheats, nehmt ein paar Freunde mit Und Haut mal ein bisschen auf Die Kacke hier Ähm, lol, das wars Die Kacke, wir müssen nach unten Gucken What you mean, ich muss nach unten gucken Er fliegt dich bei mir Der fauler Sack Kann ich eigentlich Kann man hochlaufen, theoretisch Wie hochlaufen Auf der Seilbahn, auf der Rutsche Mh Nein, flieg nach unten Nach unten Nach unten Gut, hallo Lass sich wohl die Ohreinwohner hier denken Diese Menschen Es sieht ein bisschen aus Ganz ehrlich, von hier sieht's aus wie so ein Freizeitpark Are you fucking kidding me, bruh? Ja Komm Yes Weißt du, dass wir die Seilrutsche gebaut haben damals Das wär ja schon cool Ja man Das hier Das toppt halt alles Aber das Das ist etwas Das baust du niemals Einfach so Richtig Dafür müsstest du einen Dachschaden haben Den haben wir, aber Trotzdem Genau darauf anspielen Ja 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 Aber du kommst mir nicht entgegen Das ist eigentlich keine schlechte Idee Leg ich eigentlich das Ding wieder ab? Mit G Ah, das auch? Mhm Kannst du nicht ablehnen Ein Looping bauen Uff Ne, ich denke nicht, dass es geht Weil Ich kann nicht so eine kurze Ich kann nicht so eine schnelle Kurve ziehen Also Ein Looping halt ziehen Weißt du, was geil ist? Mit dem Gleiter verlierst du kaum mehr Energie Du bist so schnell unterwegs Das war Verdammt Scheiße Nice Nice Aber für den Sinnmeister hier viel zum Vorausheber Das ist nur die Gleiter Lass auf damit mich zu schlagen Nö Ich krieg der Mensch Ja, ja, ich krieg der Mensch Sorry, sorry Okay, ich stopp schon Ich kann noch einen Flugmodus aktivieren Dann kann ich hier bauen Ich baue Ich mache das ganz Ganz im Sinne meines Ganz im Sinne meiner Wesensart Ja, du Vogel Ich kann das Ding nicht mehr ablegen Ah, das war die Taste Okay Ich bin mir da, was ich bin da Ich bin da, was ich bin da Ich bin da, was ich bin da Und was machst du jetzt? Ja, weiß ich selber noch nicht so genau. WTF? Ja, kann man einfach mal so ganz gut machen. Ich wollte schon immer mal, wie ich, bauen. Er facht in Kirche ganz oben. Dass wir eigentlich nie wieder hochkommen. Ach doch. Spannend bleiben. Okay. Auf den Kirche, boys. Müssen wir auch ein paar Löcher reinsteigen. Erfasst. Komm an. Help. Fuck. Hui. Oh, knapp. Ach, die Kirche, die Tür packt ja überhaupt nicht. Au. Au. Also, ich glaube, die Hälfte der Kirche ist in der Wand. Und ich glaube, die Kirche können wir wieder zerstören. Dass du die Kirche irgendwie nicht da drüben gebaut hast. Verdammt. WTF? Wie sollen wir hier noch durchkommen? Okay. Wo ist dieses Ausschneidwerkzeug? Nein. Fuck it. It's drum and bass. I lied. Um. Ja. Was ist denn der Ausschneidwerkzeug? Eventuell helfen, wenn ich nicht in der Wand reinschaue. Ah, ich weiß, was das war. Da ist er. Was machst du da drüben? Oh, mein Gott. Ich sehe das vor allem. Total geil. Das ist komplett die ganze Kirche bedroht. Und dann geht mir so. Oh, yes, baby. Oh, yes. Da ist die Kirche komplett weg. Oh, endlich ein bisschen Licht hier oben. Nein, ich habe keine Dinger mehr. Fuck it. Scheiße, ich komme hier gar nicht hoch. Komm mal ans Spiel. Sei mal nicht so. Benimm dich. Mach dir noch ein paar Dinger, die du fertig brauchst. Dann fahre ich mir vorbeilaufen. Wird schon. Alter, ist das schnell. Ja, mein Freund. Des leichtfüßigen Lebens. Kommen Sie und geleiten Sie mich in ein besseres, schöneres Leben. What the fuck up? Wenn es das geben würde, würden wir hier nicht gestandet sein. Und dein Sohn. Dein Sohn. Der wäre nicht so komisch. Wo der herkommt, kann auch ein anderer herkommen, oder was? Ja, klar. Ich mache einfach einen neun. Ich mache einfach einen neun. All dünnen. Der ist ein paar Dinger. Ich habe noch etwas Zeit. Oh mein Gott, ich sterbe. Und? Bist du gestorben? Fast. Trotteliger Trottel Trottel. Springen scheinbar nach vorne jedes Mal, wenn er springt. Dieser Wind hier oben ist auch nicht fertig, ne? Ja. Fand ich sehr gut verstehen. Ist der bei euch auch so laut? Ja. Ja, mit Hacks dieses Mal. Wir haben so ziemlich alles gemacht, was ging. Was wir wollten. Jetzt wollten wir noch was anderes ausprobieren. Verdammte Scheiße. Was? Muss ich ein bisschen improvisieren. Verdammt. Was? 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 Was ist? Was? Untertitelung des ZDF, 2020 Danke dir Sebi, dir auch Oh, es hat's weggepackt, wir können wieder ganz normal, oh mein Gott Oh mein Gott, okay, Spiel Aber so nicht abgemacht, my friend Are you fucking serious, dude? Ganzes Scheißding, noch übler werden Yes Wir haben's endlich losgeworden, next Blöde Karre von innen, wir sind endlich raus Get the fucker Überlebt's alles, da ist es auch Ich schrei trotzdem gerne Ich weiß noch nicht genau, wie wir da exakt hochkommen Ist ein bisschen verwinkelt, ne? Aber ich komm, wir bauen in die Höhe, das ist das Wichtigste What the fuck, actually? Okay Ich bin ein Lichtwerker an Ach, schieb alltag Okay, ähm What zum hänkern? Warum komm ich jetzt hier raus? Gib nach halb Oh fuck Da kommst du nicht raus, weil's ne weiße Wand gibt Nicht blockiert Weiter, weil's nicht weitergeht Das Ganze, den kannst du eigentlich abreißen Was? Kommst du eigentlich nicht so weit Lass mich hier runter Ja, wahrscheinlich gab das Damage Wolltest du eigentlich da nicht die Kirche hinbauen? Ja, das war damals, als ich noch religiös war Ja, ja Ich bin jetzt rausgewachsen Meine ich ja Ich denke, ich habe ein Problem Ich denke, ich habe ein Problem Oh yes, ich habe ein Problem Ja Ja, gut Hab ich gesagt, dass ich es drauf habe? Oh Nice Nein Komm schon Werkzeuge Motherfucking Werkzeuge Let's go Let's fucking go Ich habe es drauf Da ist nichts passiert Holy fuck Was ist das denn? Das weiß ich selber noch nicht Hast du sie noch alle? Die Antwort ist scheinbar nein Nein Ich habe den Verstand verloren Ich merk's Leute Ich weiß es Das ist der erste und der letzte Cheat Der Nexus Vor allem in einem Bauspiel Jemals verwenden darf Okay? Du hast es nacht Was machst du da? Ich probiere hochzubauen Das Spiel crash uns Das Spiel crash uns Das Spiel crash? So was? Nee, nee Das geht schon Aber Vertrauen in mein Sohn Ich mache gleich diese Gestalt Die du hier hinten gebaut hast Ziemlich marisch Aber Den Wahnsinn eine Gestaltung Das sind ihre Bauwerke Oder die Bauwerke Ich bin froh, dass ich nicht als König geboren wurde Oder so Oder als Pfarrer auch Nicht nur du Alle Völker, die davon Möglicherweise betroffen werden würden Auch Nicht nur du Oh die Shit Es ist fertig Mhm Ist es Kannst du jetzt bitte Das hintere Ding einfach zerstören Das macht keinen Sinn Kommt hier nicht Ansonsten mache ich das gleich Das kommt Probier's Ich weiß ja Ich habe keine Ahnung Wie was zu handhaben ist Hier Ich Keine Ahnung Geht schon gut Habe Vertrauen Mein Sohn Du bist Vollidiot Ich wusste nicht Ich bin nicht sicher Aber ich glaube Du hast mehr erwischt Wie weiß ich Wenn ich das sagen soll Aber Ich glaube Es ist eine gigante Andere Scheiße Kannst du mich bitte holen? Ich sterbe Achso Was ist wenn du Neustart klickst? Ouch Äh Ich habe keine Ahnung Dann probieren wir es nicht aus Ich komme Oh mein Gott Auf einmal falle ich runter Und ich sehe nur noch Holz Überall Holz It's raining So muss es im Himmel sein Halleluja It's raining Scheiße Ich ja Es wird ein bisschen schwierig hier Stell dir mal vor Was wir für eine Scheiße bauen werden In Fall Cry Ganz kaum erwarten Ich werde es mir übrigens gleich holen Ich habe es die ganze Zeit schon vorgehabt Das mir zu holen Ja entspann dich Zuerst mal Hier das Let's Play fertig Oder was da von übrig ist Nein Äh Yes Oh dieser Jump Der überlebt das ja falsch Ich werde es mit dem Ich werde es mir vergleichen Ich werde es mit dem Ich Aqui im Hintergrund Ich werde es mit dem